Hallo und herzlich willkommen bei Selbstklebefolien.com. Heute geht es um Glasdekor-Sichtschutzfolien. Denn der eine oder andere hat gemerkt, die Preise ufern aus und ich habe mir ein Jack angezogen, denn es ist recht kalt geworden. Was hat das damit zu tun? Wir haben eine kleine Umstrukturierung vorgenommen, die im Endeffekt genau zu dieser Jahreszeit passt. Der eine oder andere kennt von Ihnen diese Übersicht aller Glasdekor-Folien, die es letzten Endes im Markt gibt. Wir haben diese hier verglichen und auch hier einmal komplett aufgezeigt, welcher Hersteller von Aslan 3M, Orafol, Igepa, was auch immer, genau diese Oberflächen hier benutzt. Ja, was passiert hier? Die Preise, die gehen wirklich ins Uferlose. Also wir versuchen, die Preise in bestimmten Ragen ganz einfach recht stabil zu halten. Und dadurch hat sich eines ergeben, dass wir eine Serie aufgelegt haben in unserem Sortiment, die erstens mit einem Lösemittelkleber versehen ist. Das bedeutet, bei solchen Jahreszeiten, bei Verklebung mit Wasser, läuft diese nicht an wie bei einem wasserbasierten Kleber. Und wir haben eine sagenhafte Breite von 1,60 Meter in der überwiegenden Range dieser Folien. Okay, was kommt noch hinzu? Der Grö, ich muss gucken, ich glaube fast alle, alle dieser Folien sind ab sofort mit Luftkanalstruktur zur Trockenverklebung verfügbar ab einem Laufmeter. Wer natürlich auf 3M, auf Aslan, auf Orafol, auf Avery besteht, bekommt das natürlich auch geliefert. Aber nochmals, die grandiose Breite von 1,60 Meter Lösemittelkleber mit und ohne Luftkanäle ist das Argument für Ihren Kunden, um beim gleichen Dekor den Preis von vor ein, zwei Jahren tatsächlich anbieten zu können. Das ist schon einzigartig. Also falls Sie Fragen zu Glasdekor-Sichtschutzfolien haben, können Sie es gerne ansprechen, wenn Sie diese Übersicht noch nicht haben. Einmal online haben wir eine Übersicht, was für ein Hersteller sich hinter welcher Optik verbirgt, auch was für ein Kleber dahinter steckt. Und wenn Sie diesen QR-Code hier unten einscannen möchten, dann landen Sie genau da, wo Sie die Übersicht dieser Folien finden. Hier unten drunter ist der Musterversand. Einfach Milchglas-Folder, Glasdekor-Folder eingeben, Ihre Anschrift und dann kommt per Post dieser Folder zu Ihnen. Sie können das Ganze ans Fenster halten, beziehungsweise auch an vorhandene Folien und direkt sehen, was ist was für ein Foliendüb. Ja, falls Sie sonst noch Fragen haben, sprechen Sie es gerne an. Zuschnitte, Logo-Ausschnitte, Digitaldrucke sind auf diesen Folien natürlich auch möglich. Auch gerne uns ansprechen. Ansonsten nicht vergessen, Kanal abonnieren, Daumen nach oben, dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf diesem Kanal.